hallo und herzlich willkommen an den monitoren da draußen oder an welchem wiedergabend medium auch immer hier gerade sitzt und zuguckt es geht weiter bei world of you oh ja und ich erinnere mich es gab eine spannende entscheidung superfuse challenge time oder misty's long bony road das klicke ich jetzt einfach mal eine liebesgeschichte uhr es wird romantisch rom was sind du los okay ich habe hier so lustige dinge zieht auf einem weit entfernten hügel hat fisty gesagt er sei jemanden er hat gewunken und hoffte dass sie eines tages freunde sein können wo sie doch eine neue art von googeln es ist nicht ganz klar ob sie leben oder tot sind es wäre vielleicht höflich wenn wir einfach so tun als würden wir es nicht bemerken schildermaler danke schildermaler hilfreich not so aber ich muss irgendwie hier hinten hin was natürlich enorm praktisch ist ist dass man die dass man die anscheinend mehrfach benutzen kann zack der kommt jetzt da drunter dann kann ich den nicht irgendwie hier wieder hin hubbeln und im jahr die mann tut man so als er dazu gehört zack zack und so was ist eigentlich das schwarze gut das kann ich wieder nicht benutzen das ist ja nicht sehr hilfreich so ich würde gerne hier so einen toten kopf genau das nicht passiert hier noch mal ein ganzes stück zurück so ein quatsch gehen wir vielleicht einfach mal schritt für schritt vor und boppen uns da immer mal so einen toten kopf drunter oder jo das sieht doch aus wie ein brutal guter plan blopp blopp so 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 blopp so 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 blopp boah das ist ja noch ewig weit hier hier ist errost hier ist das cool äh not cool definitiv nicht cool halt so so genau ja wunderbar boah das kann ja schon ein bisschen auf den kranz gehen was passiert wenn ich sie rausnehme nischt schick nein 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 du bleibst hübsch hier du bleibst hübsch hier so zufüge reingebaut den dazwischen rausgenommen den da hingesetzt und alles wird schick was passiert denn da jetzt warum rollst du denn äh eher nicht so ne so so zu rollen das gibt es ja nicht macht mich fettig das macht mich einfach fettig hier so aber jetzt ist es ja nur noch ein winziges Stückchen not so so ein schwarzen hier ja äh muss ich mir wohl doch nochmal so ein irgendwie hier drunter setzen äh so nicht so erst recht nicht nehmen wir den hier schoink 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 und immer noch nicht da jetzt aber sehr schön na das hat doch mal irgendwie geklappt würde ich behaupten komische Totenköpfe naja aber hat Spaß gemacht ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht zuzugucken und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Let's Play wieder wahlweise wenn es heißt World of Goo oder auch beim anderen aktuellen Spiel was ich gerade spiele Sacred Citadel ja ansonsten zockt viel zockt schön und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal